Sie sehen mich da in einem indianischen Spielcasino. Diesmal geht ihr in die Knie. Ich gehe gern in die Knie. Darauf lasse ich ein. Jungs, Jungs, stepp mal ruhig! Ein Elvis-Imitator hat die heilige Kriegermaske des Häuptlings gestohlen. Ich will die Maske zurückhaben. Eine Million Dollar. Wo ist die Maske? Was? Falsche Antwort. Diese Kriegermaske verleiht besondere Kraft. Werden wir da drin ein Mordopfer finden? Mit mir sicher. Es kann nur einen King geben. Uh, erzähl das den Sheriffs. Jetzt gib mir die Maske. Zwar gelbes? Kleinwüchsiger. Wie du gesagt hast, der ist vollempfindlich. Vielleicht zu sehr. Schöne Texte. Das ist einid die Krisch. Ichまで baen die Maske. Schöne magistrate. Auf 好м voz.